Hey und willkommen zu einer Runde Overwatch. Lasst deine Bewertung da, abonniert, wenn ihr mehr sehen wollt und viel Spaß. Sollte ich vielleicht auch machen. Aber ich glaube so, weil sie ist einfach nur der zweite Tag nach dem Launch, wo sie halt so viel gespielt wird. Ähm, Junkrake gefällt mir echt nicht. Und Junkrake ist ziemlich gut gegen sie funktioniert. Also so alle burstigen Gegner. Das Tolle mit oder Interessante mit Prageti ist einfach, ich muss ja einfach nur die Gegner schlagen, um sein Team zu heilen. Und ich bin weg. Tschüss. Ähm, könnt ihr bitte auf, um mich zu schlagen? Ich bin tot, verdammt. Also ich bin so nicht so mit ihr geübt, ich habe es eigentlich nur insgesamt, glaube ich, drei Spiele gespielt. Das ist einer auf dem PTR und dann halt jetzt hier. Irgendwie eins noch davor. Oder zwei davor, keine Ahnung. Jedenfalls, ich finde es interessant, weil es ist toll, man kann nicht so einfach gedeifft werden als, ähm, Supporter. Weil, naja. Ich bin es halbwegs ein Tank. Ich bin es ein bisschen. Und dann hat ihr auch diesen permanenten Selfie. Deshalb, geh da nicht rein. Für vierzig, wenn ich jetzt nicht wünsche. Nein, ich geh. Tschüss. Ups, falsche Fähigkeit. Ist ja irgendwie zu erwarten. Muss ich sagen, aber naja. Du, es kommt mit, alle zusammen groupen. Das ist ja noch eine Mercy. Tu mal los, hier, stirb. Oh, wir haben einen Reinhard. Aua. Okay, ich glaube, wir brauchen so ein bisschen mehr Schaden. Wir sollten mal als Team zusammenlaufen. Alle kommt mal zu mir. Manche sind ja so wahrscheinlich Widowmaker. Lohnt sich Widowmaker bei Projekt? Ich glaube nicht, weil das Schild, ja... Gut, sie hat es nicht ständig, weil... Das kann sie nicht so gut teilen, aber... Los geht's, Team. Los geht's. Ich weiß nicht, ob der Reifen und was erwischt hat. Hui. So, siehst du dann. Schlagen. Wo ist es dann und schlagen? Und Lu, geh weg. So. Ja, es hat zugeklappt jetzt, wenn wir als Team zusammengelaufen sind. Sind irgendwie alle gehen da tot. Ach, wie schön. Und ich glaube, die Widowmaker hat einen ganz großen Teil dazu geleistet. Ich frage mich, ob dieser Overheal, diese Zusatz, ähm... Diese Russen, die Brackete einem gibt. Ob die sich zum Beispiel vor Ultis beschützen können. Weil... Nicht verdrecklich heilen. Naja. Weil ich meine zum Beispiel so eine... Junkrate-Ult macht, glaube ich, 600 Schaden. Im Mittelpunkt. Wenn er aber so ein Reinhard Overheal ist, dann dürfte es ihn doch eigentlich beschütten. Man kriegt, glaube ich... Ne, man kriegt 75 Schild. Ein Worteil würde es definitiv beschützen, aber der überlebt es ja sowieso. Schade. Ja, das Schild hat mich gerettet. Ach, das ist toll. Brackete kann sich als errettischen Selbstbeschützung. Ich würde nur weggehen. Tschüss. Ähm... Los, ja. Mach mal. Du kannst nicht gegen den Reinhard gewinnen. Ähm... Den heil ich mal. Dann gehe ich hier hin und... Aua, Hanze. Ich kann den aber, glaube ich, rausstunnen. So, dieses Turma hat so einen ganz, ganz kleinen Zeitpunkt zum Stunnen. Ich will sie noch allen... Ja, perfekt. Ich glaube, sie ist... Ne, sie ist nicht ganz voll ein. Ja, ich will wieder jemanden runterbooten. Ich muss es wieder versuchen. Ich weiß nicht, falls ihr mir vielleicht das Video gesehen habt, welches ich in... Ich in PTR, also in PTR runter... Hochgeladen hat. Nicht runtergeladen. Ähm... Dort habe ich es geschafft, mir Seiya, glaube ich, runterzubooten. Bin mir aber nicht sicher. Und... Aua. Boah. Junk-Durchensgrad waren alle vernichtet. Wurde zumindest mich und den Reinhard fast getötet. Irgendwie ist jeder tot. Ach man, ich mag Junk-Wid nicht. Hätten sie euch rauspatschen können. Hätte ich nicht so gehen, ja. Ja, natürlich nicht, aber... Es hat wehgetan. Danke. Wo ist Winston? Okay, wegfahre. Ich wollte gerade weggehen und mich zu einer Granate erwischen. Ähm... Nur noch zwei Brackete. Ne, drei. So ist halt die Fokussierung, glaube ich, nicht so ganz. Es ist hier... Weil ihr das... Lalalala. Ähm... Tschüss, Monkey. Tschüss, Eifchen. Eigentlich sind Gorilla. Pssch. Geh weg, Farah. Ich hätte nicht hingehen sollen eigentlich. Wir müssen uns ab... Einfalls gerufen. Bin ja gerade einfach reingelassen. Das ist irgendeinem Grund. Ich dachte, ja, 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 ja. Hey, der ist der Farah. Hoffe ich mal auf sie zu. War nicht so ganz intelligent. Ähm... Ja. Winston... Und jetzt... Sind das alle oder kommen da noch welche? Nein, das war anscheinend alle. Nein, da will ich nicht dran sein. Okay, Winston überlebt. Und die können wir jetzt... Den können wir jetzt töten. Geh weg. Das Tolle ist, die kann sich so richtig schon gegen May werden. Ach, ich find's super. Ich hasse May. Gut, wer mag May? Es gibt niemanden, der May mag, außer wenn ein schlechter Mensch ist. Das ist das Spiel. Oh, wo ist jetzt hier dadurch? Durch die... Ähm... Die Eisdinger gekokelt. Gegrillt. Ich wollte nicht dashen. Ich wollte nicht dashen. Ich wollte lustig, aber ich noch mal. Ah, schade. Wir sollten nicht auf die Brocke gehen, weil die uns das runterbuchen. Du mein, Lucio, ich glaube, der darf hier was machen. Eigentlich habe ich es ja gerade gesagt und bin selber da hochgegangen. Dann habe ich so noch die Farge gesehen und das ist eigentlich erwartet, aber... Ich habe es leider nicht geschafft, mich zu reiten. Ach, Mann. Na, eh, Mann, habe ich Goldheilung. Auch wenn es nicht so viel ist. Ich mag es, dass ich einen Dash habe, aber das ist doch so ein Mini-Dash irgendwie fast... Fast nichts ausmacht. Bin mir aber nicht ganz sicher, weil... Ich weiß nicht, wie weit er geht. Kann schon durchaus einiges sein. Aua. Wenn dann halt so mehrere Gegner auf mich losgehen, ist... Kann ich ja auch nichts machen. Auch wenn ich so ein, ähm... Hier ein Pro-Brakettisch-Spieler bin, wie ihr sehen könnt. Schneller dashen. Schneller. Ich finde es aber auch interessant, dass ich im Grunde so ein... Drei-Sekunden-Stuntler. Also halt uns dann, die alle drei oder vier Sekunden einsetzen kann. Ich wusste das so, die Falle. Ähm, Mist. Ich konnte mich leider nicht heilen, oder? Eigentlich hätte ich auch versuchen sollen zu schlagen, weil ich konnte mich sowieso nicht dafür blocken. Ach. Das sind halt so diese Kleinigkeiten, die... Man alle dann irgendwann herausfindet. Ich glaube, sie ist tot. Wir sollten denen jetzt einen Punkt geben und dann halt zusammen draufgehen. Leute, kommt zurück. Wieso reinen alle denn jedes Mal einzeln rein? Geh weg, Lucy. Warte hier, Winston. Bitte. Okay, das ist... Blitzig. Ähm. Nein, du kannst mich hier nicht töten. Bitte, lass mich in Ruhe. Jetzt ist einfach so, wie gesagt, noch so ein Tracer. Einfach so richtig schöne Flank-Account, weil... Soweit ich weiß, kann eine Tracer nichts dagegen machen. Ein Genji auch nicht. Und... So... Ihr Schild geben. Man muss halt nur aufpassen, dass man nicht zu viele Schilder verwendet. Also... Die haben nicht zu sehr für Schilder verwendet, sondern halt auch wirklich... Ein... Teammate halt. Wer ist hier sonst noch? Ah. Natürlich typische Lucy. So. Ähm. Das einzig Negative an ihr ist. Man muss halt so wirklich... Ähm. Aggressiv sein eigentlich. So, die Brüder habe ich gerettet. Also halbwegs. Ach, Mist. Ich wollte Junkerts dann. Ach, Mist. Ähm. Ich glaube, die Gegner... Haben wir den Punkt? Komm schon. Geh mit dieser Runde. Komm schon, Team. Ich schaff das. Ja, da sind wir... Ja. Hat sie das Schild fallen gelassen oder nicht? Ich bin mir nicht sicher. Hm. Könnte sein. Ich hoffe, es wird noch einen Sprung, dann gebe ich einen direkten. Was schon mal da rangeht. Vielleicht sind Münzen gegeben? Ich glaube nicht. Nur hier. Stirb doch. Ähm. Hier gerade noch May. Schwächste. Genau. Ach, ich bin full life. Aber ich bin tot. Das ging aber ganz schön schnell. Ach so, Junkert. Ja, gut dann. Wie lange wird es auch schaffen, diesen Punkt zu halten? Ich glaube, jetzt ist es vorbei. Ja. Ach, Mann. Eigentlich ist es nur Junkert, der halt wirklich... Ich glaube, wenn Baguette wegbürstet oder halt... Zwischen Headshot, den Hans oder was auch immer... ... kann sie ganz einfach besiegen. Aber gegen Headshot ist sie halbwegs geschützt wegen dem Schild. Somit ist es wahrscheinlich Reaper oder ähm... Ach, Mann. Das klingt noch zu traurig. Wahrscheinlich ist Reaper ein guter Counter, weil er wahrscheinlich Schild-Bone schürte. Ich weiß nicht, wie viel Schaden Reaper die im Schuss macht. Oder Tue schürtet, weil es den in 600 Leben hat. Und... Und sonst ist es so ein Junkert oder eine Pharah, welche halt... ... auch so ein Burst-Schaden haben... ... welcher nicht unbedingt direkt greifen muss. So viel Leben hat sie jetzt ja auch nicht aus, wenn sie halt die Ulti verwenden. Und das hier gibt ihr nur maximal 75 Schild mehr. Und er fährt sich ja eigentlich ein ziemlich cooles Skate. Also, dass sie sich halt selber schützen kann. Und dann ist sie nicht so sehr auf irgendwelche... ... ähm... ... extra Team jetzt angewiesen. Keine Ahnung, zwischen 300 Schild oder so. Weil sie sich jetzt selber ranke. Junkert muss sterben. Danke. Aber. So, und... Ich will immer noch jemanden roter Buben. Hier wollte ich Buben. Ich stirbe. Du mal, los, yo. Ach, Mann. Dann halt nicht. Wieso brenne ich eigentlich? Was mache ich die ganze Zeit? Ich sterbe doch nur. Ach, Mann. Das Winken ist so toll. Weil sie haben eigentlich nicht den Arm bewegt, sondern nur ihre Hand. Ähm, Winston. Ja. Halt so und... Mist. Wieso war jetzt niemand auf den Punkt, Leute? Ach, kommt schon. Na dann halt nicht. Mir ist es relativ egal, ob wir gewinnen. Gut, es ist ein Arcade-Mensch. Ich hätte jetzt echt gern diese Lootboxen, aber... So tragisch wäre es jetzt auch nicht. Obwohl ich doch eigentlich relativ gut spiele, auch wenn ich zu oft sterbe. Das ist wirklich das einzige, was ich gerade mache. Winston. Ja, wisst ihr was? Nein. Was willst du? Wieso? Wieso wird man von zwei Blankern angegriffen, so gleichzeitig? Gut, ich war auch alleine, weil mein Team keine Ahnung, was macht, aber... Ach, Mann, Leute. Wenn wir bitte als Team zusammenlaufen, weil sonst verlieren wir jetzt garantiert. Oh, wenn die Orisa. Ich frage mich, wie gut es mit der Orisa funktioniert, weil ich meine... Könnt doch eigentlich ganz gut funktionieren. Ja, ich werde jetzt eingefroren. Äh, sie, ähm... Mora hat mich gerettet. Und sogar noch unsere Brigitte. Ja. Ich tue heute gestimmt, zumindest. Wenn sie sich blockieren können, ist es ja die Grenze versucht. Ich habe richtig gehalten und wollte mich drinnen, aber... Nein. Oh, die Päste. Ja, ich glaube, wir haben noch einen Push. Falls Rotatees es noch ein bisschen länger aushält. Nein. Ich habe jetzt gehofft, dass dadurch, dass ich meine Ulti gezündet habe, ich einfach Schild dazu bekomme, weil man kann ja dieses Schild so ein bisschen overheal. Ähm, also mit der Ult wird man ja, glaube ich, 400 Schild oder so, wenn es geht. Also, man kann... Ich glaube, Brigitte hat dann 400 Schild. Und ich weiß gar nicht, ich habe nicht gehofft, ich habe nicht gehofft, ehrlich gesagt. Hm. Jedenfalls... Es ist dann so, dass sie, ähm... Ich sollte nicht gegen die Tracer kämpfen. Ich hätte nicht gegen die Tracer kämpfen sollen. Naja, was soll's. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr das getan habt, lasst doch eine Bewertung da, lasst doch ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal.